Ja, hallo und herzlich willkommen. Willkommen meine lieben Gaming-Freunde und willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, heute heißt es mal wieder ein Let's Play und dieses Mal ist wieder Battlefield 1 dran. Ja, wir zocken Team Deathmatch, Wüste Sinai. Ja, mal gucken, was wir das erreichen können. Also, und wer noch nicht so ganz überzeugt ist von dem Gaming, kann ich auf jeden Fall sagen, es macht auf jeden Fall Bock, ihr könnt halt auch, dass wir 3,99 im Monat zehn Stunden über Origin Access testen. Zur Not einfach wieder Access kündigen, dann ist das eigentlich auch wieder weg. Und vielleicht zockt man ja auch mal zusammen im Livestream dann bei mir zusammen. Ja, komm, toll, jetzt nimm mal andere alle. Ja, toll, bei denen sind nur acht. Jetzt heißt es wieder warten, warten, warten. Okay, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Ja, ich hoffe, wir können in der Runde ein bisschen was reißen. Obwohl, Sinai ist eigentlich ganz gut dafür. Genau, call, wir machen mal die Tür auf hier. Das ist natürlich kacke jetzt, ne, dass er in der Führung liegt. Granat, hör raus! Ach, was! Mit der Panzerbüchse! Schick dir eine Granate! Guck mal, wie ich so rüberkomme! Oh, Rad! Den hab ich ja gar nicht gesehen! Ja, ist ein bisschen anstrengend gerade! Von meinem Squad lebt keiner mehr, okay! 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 Zucker! Guck mal! Ich komme jetzt hier nicht embederade! Anger- Schade, aber trotzdem haben wir noch einen mitgenommen. Revivet er mich? Nein, natürlich nicht, ne? War wieder klar. Kollegen, ihr müsst reviven. Oh, scheiße, dann steht da noch einer. Na, wiederbeleben tut hier eh keiner. Es ist ja schön, dass du hier oben gammelst, mein Freund. Aber ich bin nicht so ein Gammler. 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 Das war's für mich. Ich bin verletzt! Sanitäter, schnell! Halbzeit. Wir müssen mehr Druck machen. Schneider! So, dann wollen wir mal gucken, wo die Gegner wieder rumflitzen hier, ne? So, dann wollen wir mal gucken, wo die Gegner wieder rumflutzen hier, wo die Gegner wieder rumflutzen hier. Ah, den zweiten hab ich leider nicht mehr gekriegt, weil man halt immer ein ganzes Magazin fast auf den Gegner raus muss. So, dann wollen wir mal gucken, wo die Gegner wieder rumflutzen hier, wo die Gegner wieder rumflutzen hier, wo die Gegner wieder rumflutzen hier. Der Feind liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Wir haben so gut wie gewonnen. Wir haben so gut gesehen. Ja, ja, ja! Schade, den hätten wir eigentlich kriegen können. Aber mal gucken, man wird bestimmt eh nicht wieder überlebt. Der Feind liegt in Führung. Schade, der Wachsoldat. Ja, aber läuft noch, noch bin ich positiv. Noch, noch ist der Fearman positiv. Am besten immer so ein bisschen, ja okay, wir haben gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, schaltet auch beim nächsten Let's Play von Battlefield wieder ein, wenn es heißt, der Fearman rockt übers Schlachtfeld. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Fearman. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.